Willkommen bei Hamstern. Spielstart. Wenn du hier klickst, geht's los. Welche Spielvariante möchtest du spielen? Hamstern. Das Original. Hier kann der erste Spieler seinen Namen eingeben und sich eine Farbe für seine Hamsterkiste aussuchen. Eine richtig schicke blaue Kiste hast du dir da ausgesucht. Der nächste bitte. Gib deinen Namen ein und such dir eine Farbe aus. Orange. Hm. Erinnert mich an Möhren. Sollen auch noch Computerspieler mitspielen? Mietzi entscheidet sich immer für die goldene Mitte. Und das bedeutet zwei bis drei Karten pro Spielzug. So, da ist es. Ein Feld voller Leckereien. Dann mal ran an das Gemüse. Du kannst noch eine Karte aufdecken, wenn du möchtest. Einen Nuss. Ein Apfel. Leider zweimal hintereinander Äpfel. Nüsse. Tja, zum zweiten Mal hintereinander Nüsse. Äpfel. Möhren. Einen Nuss. Tja, zum zweiten Mal hintereinander Nüsse. Welche Spielvariante möchtest du spielen? An die Schaufel. Fertig. Los. Klasse. Super. Beenden. Wenn du... ... Vielen Dank.